Hallo ihr Lieben und zwar hatten wir eine Kooperation gehabt und wir sind das Verlierer-Team und haben dann eine Aufgabe bekommen. Und zwar die Aufgabe ist, wir müssen uns Wasser, erstmal Wasser im Gesicht machen und dann müssen wir uns das Gesicht in diesen Mail eintauchen und ein Gedicht sagen. Also ich sage ein Gedicht davon, Heinz Erd. Und jetzt fange ich auch mal an. Hier ist das Wasser und jetzt gehe ich mit meinem Gesicht da rein. Deswegen habe ich hier jetzt auch so ein kleines Handtuch, damit mir das nicht alles da reinläuft. So, jetzt tauche ich in die Mehl ein. Ich fange jetzt an. So, die Kuh auf der sanftig grünen Wiese weidet ausgerechnet diese eine Kuh, eine Kuh. Ach, ihr Herzen ist voller Sehnen und im Auge Schmerzen, Tränen. Ab und zu, ab und zu, was ist ihr Geschmack? Das Wiederkauze mit der Schnauze, dann verdaut sie und macht muh. Und macht muh. Träumend und das Maul bewegend, scheut sie dämlich in der Gegend, grad wie du, grad wie du. So Leute, das war's. Ich werde euch natürlich die anderen alle auch noch mal unten in der Infobox verlinken. Und da könnt ihr euch mal vorbeischauen. Die Videos sind bestimmt auch sehr lustig mit dem Mehl im Gesicht. So, und das war's jetzt auch wieder von mir. Und jetzt werde ich mich auch wieder verabschieden. Und sage Tschüss. Und jetzt werde ich mich auch wieder verabschieden.